Bella Italia 2023 in Mattersburg. Für alle Liebhaber der italienischen Küche und mediterranen Atmosphäre verwandelte das Bella Italia die Mattersburger Innenstadt in ein kulinarisches Paradies. Von Salami und Prosciutto, über Käse und Wein bis hin zu italienischen Grießspezialitäten und Pasta-Gerichten war alles vorhanden. Für die musikalische Umrahmung sorgte am Freitag Giuseppe Mattozza und am Samstag die Band Cosa Nostra. Der angekündigte Autokursum mit italienischen Fahrzeugen bestand dann allerdings fast nur aus Fiat 500 Fahrzeugen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Wie ist es? Es ist gut. Es ist unser Vecchio. 3 Jahre lang. Es ist eine Stagionatur. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Prosciutto di Parma. 18,500 Jahre. Also eine halbe Jahre. Wird er da geräuchert oder bleibt er einfach in der Lunge? Nein, es ist nicht geräuchert. Wir haben auch ein guter Parmesan. 3 Jahre gereicht. Ich wünsche mich für die Zagreine! Das ist eine Pecorino in Sardinien. Daher ist es eine Pecorino aus Sardinien. Wir haben dem Gegend, der Leide und inconvenientes. Wird aus F destrozmäßig. Du gehst aus Perenhof, eine Tela mal vroeger. S pitcher unter acht. Hören Sie das? Ziemals probieren. Das ist die Eise nüpfle. Bitte schön. Bitte muss nehmen. Bitte schön. Daumen auf. Das ist die Eise nüpfle. 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 Das ist die Eise nüpfle.